so das aber auch hier in der Höhle, ne? Oder? Aber das sieht doch gut aus. Wow, Kohle. Naja gut, so groß ist das jetzt hier nicht, aber wir haben auf jeden Fall Kohle. Kohle ohne Ende. Gut, da noch, da noch, da noch. Hier haben wir noch Kohle. Aber viel Kohle ist hier. Da ist nichts mehr. Gut. Hier noch. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Kohle gefunden. Bloß immer noch keine Höhle. Gut, dann mache ich hier eine, habe ich hier noch eine zweite Idee, also noch eine zweite, kann man das hier? Eine zweite Idee. Es gibt ja auch noch den Trick mit der Ebenen, boah, ne, mit der Ebenen 16. Oder der Ebene 16. sehen. Das könnten wir rein theoretisch mal machen. Das, was wir jetzt auch mal machen werden. weil hier ist in der Nähe überhaupt nichts. Schafe. Schafe. Okay, wie viel Eisen haben wir? Ja, 6 Eisen, das ist okay. Kohle haben wir jetzt auch ein bisschen schon. Okay, daraus können wir uns jetzt mal eine Schere craften. Da können wir uns mal die zwei ähm die zwei Sachen, also die beiden Eisen uns leisten. ähm, okay. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe so eine ganz gute Idee, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt groß genug ist oder nicht. Okay, ja, dann wollen wir das mal versuchen. Mal hier erstmal ein bisschen was abliefern. So, so. So, 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 so. Ne, so, 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 so. So, so. Okay, das lassen wir auch hier, aber da. Okay. Und dann das da, da. Gut. So. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob das passt oder reicht. Okay. Daraus brauche ich erstmal Mache ich erstmal So. Daraus mache ich erstmal ein paar Steaklies. Okay, 64. war das so, ich glaube so war das, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Gut. Hier machen wir weg, denn sonst wird das kein Zaun. Okay, daraus kriegen wir 10 Zäune, das ist jetzt noch nicht die Welt, aber... 3 machen wir... 3 machen wir... 3... 3... 1, so, 3... 3... 3... 1, 2, 3, 3, so, 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 so. Okay, daraus kriegen wir jetzt nochmal 18 Leitern, das müsste erstmal reichen. Gut, dann bauen wir das mal da rauf. Okay, jetzt wollen wir mal hier loslegen. So. Wollen wir hier mal da, 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 ups, da, da. Okay, das war das erste... Na gut, da waren nicht so viele. Gut, ähm, so, da noch, da noch, da, da, noch. Wir können das auch später hier noch verschönern. Okay, dann machen wir hier erstmal einen zweiten Stock, das bauen wir später noch einen viel höher. Okay, so, 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 so. Nein. Und das hier weg. Okay. Und da, 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 da und da. Gut. Die Fackeln haben wir wahrscheinlich nicht mit. Okay, haben wir natürlich klar nicht mit, aber ist nicht so ganz so schlimm. Jetzt mal hier. Schnell. Ah, jetzt muss ja auch ein bisschen... Hier war das so. Wie war das hier? Ich bin noch im Alter, komm runter. Eins, zwei, drei, okay. Au. Eins, zwei, drei. Äh. So. Äh. Gut, dann machen wir hier einfach mal ein Dreifachfenster draus, sonst sieht das nicht symmetrisch aus. Oder zwei hier, ne, ich mach einfach drei hier. Okay, so. Da Fackel. Da eine Fackel. Nein. Die wieder weg. Glas hab ich hier noch gehabt. Gut. Gut. Da, da, da. Und da, da. Und da. Gut. Dann haben wir da ein zweites Stockwerk. Und hier werde ich jetzt auch mal weg... ...bauen. ...bauen. Dann sieht das symmetrisch aus. Gut. Das haben wir. So, einsammeln. Ich kann ja mal ein bisschen Glas machen. 25 Glas, das dürfte erstmal fürs Erste reichen. Und in der Zwischenzeit... ...kann man sich... ...oder können wir uns hier mal... ...runterbauen. Wartet mal kurz. So, da bin ich wieder und... ...bin auch gleich wieder nicht mehr da. Weil ich hab jetzt hier noch ein kleines Stück runtergebaut. Und ich muss jetzt leider weg. Deswegen kann ich jetzt hier nicht weiterbauen. Aber ja... Gut, dann sage ich... ...Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.